Oh, Mr. Ballon ist wieder da! Hallo, Mr. Ballon! Ich bin nicht froh, ich hab nur gern nichts zu tun Und was ich tun muss, das kann bestimmt nach Warten Ich liege im Garten und dabei geht es mir sehr gut Such dir den Job, erst krieg ich ständig Nüsse her Von meinen Eltern, die mir mein Leben finanzieren So lang deine Füße unter unserem Tisch sind größte Wohl Kein Stress, dass ich mit ihm bleib ruhig, lass alles stehen Mein Leben nimmt schon seinen Lass Und falls nicht, fragt die Mama das schon auf Woah-oh-oh-oh, chillen undennden, relaxen Woah-oh-oh, lass dich glasen, chat Woah-oh-oh, will den Alltag steifst weg, pflanzen Woah-oh-oh-oh, woah, woah Okay, so langsam ist auf der Punkt erreicht, wo ich nicht mehr kann Das ist eigentlich ein strenges Song, aber wir machen weiter. Ich bin nicht von 2. Ich bin nicht von 2. Ich bin nicht von 2. Flieg! Okay, es hat jetzt Reiseflughöhe erreicht. Hätten wir doch vielleicht nicht Start in den Buch kriegen müssen, ich weiß es nicht. Man muss das nur mal anders sehen. Ich habe nur ein wirklich riesiges Talent, mit welchen ich laufen würde. Nur das zu tun, was nötig ist. Wirklich sehr oft bewegen. Sprechen mich die Leute an, wie ich nur so unglaublich wenig machen kann. Was soll es geben, wenn du im Leben nichts wahr bist? Kein Stress, lass dich mal gehen. Bleib ruhig, lass alles stehen. Dein Leben nimmt schon seinen Lass. Und fast nicht, und immer das schon auch. Just, ich möchte extraordinary, wenn du wirklich vielAKEvetenst. Ich wette деньги auch sehr large, wenn du eventuell bist. Aber ich wouldn't diesen Begriff allerholt. Den Begriff automatisch ist so schnell, dass du dein Begriff immer wieder probierst. Oh, Acting macht er zu. Oher Streken! Oh, Costa war kein Reisegel! Okay, an dieser Stelle bilden wir den kleinen Graben. Hier ist die Mitte, die Seite ein bisschen darüber. Nicht so weit, kein Wall of Death. Nein, nein, nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit. Der Graben ist viel zu breit. Leute, wie sieht's aus? Wollt ihr ein bisschen mit aufsiegen? Was für ein Nusch? Ich glaub, diese Seite will sehr gerne, diese Seite will nicht. Leute, wollt ihr auch mit uns singen? Okay, wir fangen bei dieser Seite an, okay? Eins, zwei, eins, zwei, drei. Erbärmlich, erbärmlich. Fantastisch, wir gehen direkt darüber. Leute, zeigen wir die Seite, weil die sich singen. Und dann habt ihr Lust mit uns zu singen? Sehr anständig. Was machen die Seite? Wollen wir der anderen Seite noch eine Chance geben? Nein? Was? Ich sag ja. Ich find auch die andere, sondern eine Chance verdient. Okay, Leute, eure Chance. Wollt ihr singen? Darf ich? Ja, mach du. Mach du mit auf! Wollt ihr singen? Ja, wow, oh, 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 oh. Wo, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh-oh. Geil! Okay, und jetzt, damit alle Saiten gleich laut sind, gehen wir alle einfach auf die andere Seite rüber. Kommt mit rüber! Kommt einfach alle mit rüber! Okay? Ja, sehr gut! Und? Kannst du mal ein bisschen Beta zuspielen, dass du's irgendwie ein bisschen langweilig senst? Ja, doch voll! Okay, und jetzt singen wir so laut, dass alle Schlagerbienen in der Stadt denken sich, oh kacke, wir sind bei der falschen Party! Eins, zwei, drei! Oh, 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 oh! Sei doch mal voll, dass alle Schlagerbienen in der Stadt denken sich, denn ich sag schon, den wir hat sich gut auf die Stücke, die Bräder und die Stücke auf der Arbeit zu verhigen, wie sie viel zu lieben, ich würde auch mit einem Frieden sein. Aber nicht beklagen, wir können nicht nur ein Tage, stellen wir die Frage, wie soll ich das entschalten? Wie geht's doch so ganz gut, wenn wir euch nur beklagen? Alles, was wir tun, 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 was wir tun. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.